so leute hallo und herzlich willkommen hier wieder bei euren krank ist heute ein ja kleines info video ist jetzt auch recht spontan gemacht muss ich zugeben aber wie gesagt möchte ich euch mal wieder ja am laufenden halten am laufenden ja habe ich das richtig ich habe gerade überlegt was sage ich nun über den kanal was gibt es neues ihr seht mittlerweile habe ich wieder mein altes kanal design mit ein paar neuen figuren und so weiter und so fort vor hatte ich das von exit cf der ist auch unten in meiner box drin falls ihr mal gucken wollt das design kann ich zurzeit leider nicht mehr benutzen da youtube sich entschlossen hat wie es aussieht die box auf dem kanal ein wenig größer zu machen dadurch wurden teilweise bei mir dann schriften verdeckt im kanal design und deswegen sieht das auch ein bisschen blöd aus dann deswegen habe ich erst mal das alte wieder genommen und das ein bisschen angepasst demnächst gibt es aber wieder noch mal ein neues kanal design also das wechselt immer erst mal dazu so dann möchte ich einfach mal ankündigen dass die pause die ein bis zwei wochen pause was ich angekündigt hatte ging jetzt nur eine woche aber jetzt ist es offiziell beendet die pause und es geht fröhlich weiter mit den let's plays ich weiß noch nicht ob ihr es gesehen habt müsstet ihr eigentlich gesehen haben als abonnenten oder es geht zurzeit weiter mit darksiders 2 darksiders 2 ist das neueste projekt jetzt auf dem channel und ich kann euch nur so viel sagen das spiel ist genial und schaut euch bitte die let's plays dazu an oder ja darksiders 2 ist einfach nur genial skyrim ist zurzeit allerdings pausiert skyrim dorn guard und ja da kommen zwischendurch dann immer die parts von skyrim dorn guard die kommen jetzt aber nicht so am laufenden band wie jetzt die hauptprojekte ich nenne euch auch noch mal die drei hauptprojekte die wir haben also skyrim insgesamt haben wir ja jetzt beendet nur skyrim dorn guard nebenbei und die drei hauptprojekte sind mario party spyro the dragon und eben darksiders 2 so ansonsten was gibt es noch ach ja da gibt es noch so eine sache über ich möchte eure meinung darüber hören ich möchte einfach eure meinung wissen ähm wie viele wissen ist grad zurzeit auch wenn ich dieses video jetzt hochlade vielleicht auch noch ist der youtube day nicht der youtube day der video day 2012 erstens der christoph krachten hat ziemlich gute laune zweitens alle wollen gronk sehen und drittens war jemand von youtube da und zwar ich glaube der vertreter von youtube oder der chef von youtube europa ist extra aus zürich angereist und es gab da eine kleine ankündigung und über die möchte ich bitte eure meinung mal hören was ihr darüber denkt und zwar gibt es jetzt das partnerfeature custom thumbnail gibt es jetzt für leute die ihr video oder ihre videos vermarkten also für die jeweiligen monetarisierungspartner das heißt ihr ladet ein video hoch und vermarktet die videos dann auch für diese leute gibt es dann den custom thumbnail es wurde ja es gab jetzt gerüchte ja es wird frei sein für alle jeder wird die custom thumbnails bekommen jetzt heißt es dann doch wieder nur für leute die ihre videos vermarkten und ich möchte einfach eure meinung darüber wissen wie findet ihr dass das erst es waren erst nur gerüchte dass es für jeden kostenlos ist aber wie findet ihr das dass man ein video vermarkten muss um jetzt die custom thumbnail zu bekommen ich muss sagen ich bin da eher zwiegespalten ich bin jemand der videos eigentlich nicht monetarisiert als let's player da ich insofern eigentlich noch gar nicht mitglied in einem netzwerk oder ähnlichem bin habt sozusagen auch nicht die rechte daran die videos zu monetarisieren bin auch noch nicht achten ich könnte es trotzdem dann monetarisieren man kann auch monetarisieren ohne adsense dann bekommt google gleich das ganze geld ist auch was aber ja ich sehe es dann so es ist einerseits auch gut wir verstehen dass alle google will halt die wollen ihr geld machen aber andererseits finde ich es dann auch halt wieder scheiße als jemand der eigentlich custom thumbnails gern benutzen würde und wie gesagt eure meinung zu den kosten fanden jetzt mit vermarkteten videos bitte unten in die kommentare und ja ihr merkt ich bin heute wieder ein bisschen komisch drauf ähnlich wieder krachten beim video day ich meine ich habe genug gelabert das waren erst mal die infos und die meinungen die informationen am was haben wir heute von tage sonntag und ich wünsche euch dann auch noch einen schönen tag ciao